Du bist verrückt. Okay, du bist verrückt. Du bist verrückt. Der kann nicht genug laufen hier. Und der ist schon drei Kilometer, sind wir schon nur von Stämmen gelaufen. Und jetzt will er einmal noch mehr laufen hier. Ja, hier ist die Wiege. Die Wiege eurer Vorfahren. Die Wiege von Oma Anne. Die hat hier alles ins Leben gerufen. Und ihr seid die Nachkommen davon. Selbst Okejo noch von hinten rum. Die war Hedi. Die hatte auch ihren ersten Ritschi von Oma Anne. Und da bist du auch ein Nachkommen. Ganz hinten. Mein Okejo. Und Kanda? Kanda ist von Vanya. Und Vanya war das Herzblut von Oma Anne. Die hat hier gelebt. Deine Mama hat hier gelebt mit Oma. Kanda. Ja, und jetzt hast du einen schönen Sohn in Bumani. Guck mich mal an, Kanda. Jetzt hast du einen schönen Sohn. Ne? Und er hat unser Abuja schon gesehen. Und schon als Oma. Und schon als Oma. Und schon als Oma. Und schon als Oma. Dann finde ich dich und frisch, wenn du willst. Keine Weste, kein Schlau, der mich auf Wende. Wie du mal gern, du mal gern, du mal gern. Wie du mal gern, du mal gern, du mal gern, du mal gern. Wie du mal gern, du mal gern, du mal gern, du mal gern. Riesen. Krass. Wie du mal gern, du mal gern, du mal gern. Wie du mal gern. Wie du mal gern, du mal gern. Wie du mal gern. Bereit? Nicht Kanda? Ich hoffe, ich habe dich noch lange, meine Engelchen. Oh, der springt hier rum, der hat einen Spaß. Kejo! 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 Da bist du! Kejo! Komm mal her! Einfach runter! Einfach runter! So, jetzt müssen wir wieder nach Hause. Schön im Dauerlauf. So. 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 So.